Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Raft. Wir versuchen nach wie vor Sachen zu sammeln, um unser Flößchen auszubauen. Wir haben jetzt schon eine Forschungsgeschichte, jetzt muss ich gerade mal schauen, fällt das unter, unter was fällt denn das eigentlich, dieses Antennen und bla bla Dingens. Kleine Anbaufläche, aha, die geht auch schon, die habe ich ganz übersehen. Schildablagekalender, Segel, da brauchen wir Planken, einen Haufen. Nägel, Seile, auch das mit der Antenne finde ich jetzt aber nicht an. Erforscht haben, als können wir es dann nur hier bauen, oder wie? Na, oder? Schaut nicht so aus. Vielleicht hätte ich was falsch gemacht. Das könnte auch sein. Das wäre ja nichts Neues, aber ich konnte es nicht nochmal erlernen, also müsste es doch richtig sein. Ja, keine Ahnung. Ähm, wir, wir essen und wir trinken. So, noch mehr fürs Salzwasser. Eine Kartoffel können wir uns noch gönnen. Jetzt haben wir wieder Rüben und die Kartoffel, oh, die ist sofort, jawohl. Das hat jetzt nicht lang gedauert. Die hat sich gleich bereit erklärt, hier gebraten zu werden. So, äh, gebraten zu werden, sag ich, eingepflanzt zu werden. So, jetzt habe ich es. Ich flattere Klubschen und schaue, dass ich hier meine Materialien zusammenkriege. Bin ich schon ganz pfui. Hey, hörst du auf? Schuh, geh weg, böse Hai. Ist der jetzt hin? Ich kann ihn nicht fangen. Äh, habe ich den Hai jetzt umgebracht? Ups, das wollte ich auch nicht. Ich meine, wir haben jetzt unsere Ruhe, keine Frage, aber ich wollte jetzt kein artgeschütztes Tier umbringen. Gott sei Dank ist das nur ein Spiel, ey. Boah. Schü. Tatsächlich. Rohrhaifisch. Oh. Ja. Ähm. Das, ähm. Ja, wir sind eben der Stärkere gewesen. Ja. Ähm. Wir müssen um unser Überleben hier kämpfen. Ja. Ähm. Der Haifisch wollte es einfach ein bisschen von dem, was er hat, mit uns teilen. Jawohl. Das war äußerst, äh, lieb von ihm. Ja. Wir haben jetzt etwa längere Zeit dafür Ruhe. Wäre auch nicht schlecht. Jetzt komm. Jetzt hättest du das aber schon schnappen können. Ja. Also das war für den Hugo. So, zwei Fliegen mit einer Klappe. Passt. Ah. Also Sachen gibt es unfassbar, muss man echt sagen. Genau, unsere Pflanzkiste. Ich glaube, die können wir da hinterm Schuh nochmal, würde ich sagen. Eins, zwei, drei. Ja, das passt. So. Süßwasser. Einmal gießen. So. Ähm. Wir werden, ich werde auch jetzt schon langsam brauchen müssen, mehr von diesen Dingen hier. Auf alle Fälle. Ui. Da kommt wieder ein, 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 ein Fässchen. Holla. Das ist ja supi. Zweifling mit einer Klappe. So habe ich das am liebsten. Oh, das geht's nicht aus. Aber so. Da wäre wieder eine Insel gewesen. Ach, das tut mir halt schon ein bisschen weh mit den Inseln. Würde ich schon gern. Boah, was war denn das für ein Wurf. Das war wohl der schwache Arm. Ja, jetzt aber. Jawohl. Sehr gut. Ja. Drüben ist noch ein Fässchen. Können wir was bauen? Ja. Ja. Das hilft uns schon mal ein bisschen. Schwupp. Oh, oder aber auch gar nicht. Nein, das hilft uns gar nicht. So. Jawohl, aber jetzt dafür. Super. Ja, ich habe jetzt leider kein Battle. Können wir uns herstellen, tatsächlich. Vielleicht klappt es ja. Vielleicht können wir da hin. Und da muss ich unbedingt mal schauen, dass wir wieder zu Kräften kommen. Wenn wir hier ein bisschen, dann... ...kann. La, la, la. La, 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 la. Baddut, 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 Baddut. Wir blicken uns dahin. La, 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 la. Eine Vogelscheuche kann man scheinbar auch einmal bauen. Wahrscheinlich, wenn man den nötigen Bauplan dafür hat. Ja. Äh, wo geht's hier hoch? Da. Alter. So. Holika! So. Ach, komm. Hallo? Jetzt aber. Tja, das sauf ich hier noch, oder was? So, jetzt da. Geht ja. Ach. Gut. Ja, was haben wir bekommen? Rezept Fischeintopf. Das in einem Topf gekocht werden kann. Wo kriegen wir jetzt einen Topf her? Das ist auch hier. Okay, das müssen wir noch aufbewahren. Da weiß ich noch nicht Bescheid, wenn wir das hinkriegen. So. Unser gebratener Haifisch. Nom, 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 nom. Der macht uns da voll nass, ey. So, wir brauchen Wasser. Für unsere Lieben. Ah, da reicht eines. Das ist sehr sparsam. Das ist sehr sparsam. Ich wollte nämlich gerade schauen, ob es hier irgendwie dann die Möglichkeit gibt, was zu bauen. Ob man da vielleicht extra noch was öffnen muss. Ah, okay. Ach so. Oh, jetzt werde ich schlau. Aha, und wenn wir das haben, dann schalten wir hier die Sachen frei, oder was? Wie den Teppich hier zum Beispiel. Ach so. Das ist aber nicht blöd. Aha, okay, da kommt man auch mal was drauf. Also die Items, die wir hier so kriegen, die sollten wir unbedingt quasi lernen. Damit wir Sachen freischalten können. Okay, das muss man halt alles wissen. So, als nächstes, was bauen wir denn als nächstes? Ich würde sagen, mal ein Bettchen wäre cool. Und vor allem hier noch ein bisschen ausbauen. Wäre auch sehr, sehr super. So, dann haben wir wieder eine Blanke. Und da haben wir wieder eine Blanke. Und für ein bisschen Glück haben wir hier noch mal eine Blanke. Oder auch nicht, kein Glück. Da haben wir zweimal Kunststoff. Dann, wenn es gut läuft. Zack und zack. Das Bettchen wäre auch cool über... Also, ernten. Der Standort ist von ernten. Jawohl. Das wäre auch super, wenn wir das Bett quasi überdacht hätten. Überdacht. Essen? Ja, essen wäre gut. Mahlzeit. So. Nom, 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 nom. So. Ja, das läuft. Halt, Plastik! Na, das wird jetzt eigentlich nett. Mann. Mann ey. Ja, gehen wir leer aus. Passt auch. Alles super. Zack. Falls wieder mal so ein Haifisch kommt und uns da was wegsnacken möchte. Ich will immer schauen, dass wir so eine schöne Umrandung haben. Dass wenn der Haifisch, wenn ich zu spät komme, wieder mal, dass er uns da nichts Wichtiges wegfressen kann mehr. Hoffentlich. Lästiges Viechlein. Du lästiges Viechlein. So. Zack. Ja. Drei Sachen zu einem. Opa la, das brauche ich eigentlich gar nicht. Das kann ich so machen. So. La la la. Das wäre wieder... Ah, wo ich gerade von Fässchen spreche. Da kommen sie ja auch schon. Eine Blanke für mich. Eine Blanke für mich. Drei Blanke mit ein bisschen Glück. Zwei wären auch gut. Tolla. So. Halt. Halt. So. Sicherheitshalber die Angel auspacken. Hui. Zack. Gefischt. Jawohl. Und. Zack. Das war für Nugo. Müssen wir halt so machen. Zack. Und. Zack. Und. Viele Blanken. Zack. Geh ein. Mistviech. Da haben wir so lange Ruhe gehabt. Mistviech. So. Sehr gut. Bei uns wächst es und gedeiht es. Das ist hervorragend. So. Das ist schon mal nicht so schlecht. Vielleicht. Ja. Ja. Das ist schon mal nicht so schlecht. Glaube ich. Hier vielleicht dann so ein Bettchen her. Das glaube ich passt dann schon. Kann ich dich eigentlich so auch schon piksen? Na. So geht das nicht. Okay. Ähm. Weg damit. So ein schönes Schlückchen für uns. Ich muss jetzt wirklich mal ein bisschen auf uns achten. Kommt dann Fass? Ja. Da kommt ein Fässchen. Und auch hier gleich. Zack. Für uns. So. Ich glaube das erwische ich so nicht. Das heißt. Wusch. Wir müssen es uns angeln. Sehr gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ui. Da kommen viele Fässer. Oh. Zocki finden gut. Zocki mögen Fass. So. Zack. Und nochmal. Was war denn das? War das eine Möbe? Wie cool. Hä? Die hat mir wollen mein Pflanzerl wegfressen. Sauviech, Elendix. Hey cool, eine Möbe. Und dann zwei Sekunden später. Du Sauviech. Jawohl. Das ist Tierfreundlichkeit. Ich bin sowieso Nagetier-Liebhaberin. Also von dem her sind mir solche Vögel komplett wurscht. Weil gewisse Vögel essen meine Tierchen. Und das mag ich nicht. So. Ja, da bin ich eitel. Ich würde sagen, Kartoffeln würden sie hier gut machen. Mit einem Schuss Wasser. So. Zack. 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 Einmal futtern. Nom, nom, nom. Ja, unsere Landwirtschaft blüht auf. Das ist großartig. Da kommt wieder ein Fässchen. Genau, auf uns zu. Was wollte ich denn als nächstes bauen? Ich glaube, das Bettchen wollte ich bauen. Das ist... Wo war denn das? Hier. Oh. Okay. Ich hatte gerade geschwitzt. Ähm. Zack. Dass ich zu wenig Nägel zusammenkriege. Aber das ist ehrlich gesagt recht viel. Was wir da bekommen haben. Drei Nägel waren das, glaube ich, auf einen Einschlag. Alter. Da. Hä? Ja, ja. Das war... Da war ich jetzt selber schuld. Puh. Voll abgesoffen. Das wollte ich ehrlich gesagt nicht. So. Äh, so. Die Position. Ich würde sagen... So. Yeah. Das? Nom, nom, nom. Oh. Gut geschlafen. Sehr gut. Was können wir hier noch reinbunkern? Das können wir sowieso stacken. Lass da auf. Ksch. Du Mistviech. Hast du das schon... Hast du das gesehen? Kleine Göre da. Kartoffeln. Braucht etwas frisches Ding. Ja, ja. Ich will das... Ernten. Danke. Auch hier. Aber hier setze ich gern die Rübe. an. So. Einmal Süßwasser. Zack. Nein. Mein Fässchen. Das erreiche ich, glaube ich, nie wieder. Ach. Weil ich schon zu lange gebraucht habe, um meine Ding... Ja. Keine Chance. Aber eine Blanke. Wenigstens irgendwas. Was? Ach, hör auf. Jetzt ist die am Verdurschen. Ja. Ich hab... Ich sag immer, ich muss auf sie schauen. Und das tue ich. Das Gegenteil. Weil ich ein Arschloch bin. So. Zock, das sagt man nicht. Stimmt. Hab ich vergessen. So. Ja, ja. Jetzt mach da nicht so ein Derz. Kriegst du gleich was zu trinken, ey. Ich werd verrückt. So. Sauf. Zum Wohl. Und die nächste Partie. So. Jetzt hat sie sich ein bisschen erholt. So. Schön einsammeln. Alter, dieser Haifisch. Wird gleich wieder Haifischflossen aus dir machen. So. 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 Jawohl. Da hinten war wieder so ein kleines Bötchen. Ich glaub, da sollte ich mal hinrudern. Vielleicht zuerst doch noch was trinken. So. Die eine Pflanze hab ich vergessen zu gießen. Ähm. So. Buddeln. Ich glaub, das ist schon zu spät, ne? Ich probier's einfach mal. Mit nem Segel wär's sicher einfacher. Mit nem Segel wär's sicher einfacher. Ah, mit ein bisschen Glück schaff was. Die Musik erinnert mich ein kleines bisschen als wir beginnen jetzt an Minecraft. Die ist auch so schön ruhig. Ich mag das. So. Komme ich da so? Ja. Sehr gut. Gut, rangekommen, ohne abzusaufen. Das ist schön. So, dann würde ich sagen, wir verknuspern wieder mal eine Rübe. Dann trinken wir wieder einen guten Schluck. So. So, so. So, so. Dann brauchen wir den nächsten Schluck Wasser für unsere Pflanzerl hier. Ich sehe gerade, wir müssen wieder da ein Stück rüber paddeln. Ich glaube, das Wasser erwische ich nicht mehr. Ich glaube, das erwische ich nicht mehr. Na, was machst du denn? Schieß. Hä? Halt. Verpiss dich, du Viech. Irgendwie klappt das gerade nicht. Egal. So. Die ist schon mal fertig. Eine Kartoffel. Einmal Süßwasser. So. So. Und so. Und ich glaube, wir gehen einmal fischen, würde ich sagen. Schwupp. Ich stelle mich schon mal so ein bisschen hin, dass wir nach Möglichkeit das Fässchen kriegen. Habe ich ihn erwischt? Yes. Wir haben ihn erwischt. Essen. Okay, die ist noch nicht fertig. Da ist kommt das Fässchen. Ah, das wird zu weit weg sein. Welchen Stückchen hier routern müssen? Hm? 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 Ja. Aber jetzt wahrscheinlich. Hä? Oder ist das wieder... Ah, das war wieder viel zu kurz. Okay, das bringt sich gar nichts. Super. Dafür schwimmt hier eins vorbei. Das habe ich ganz super gemacht. Aber ich glaube, das erwische ich noch. Gott sei Dank. Da haben wir noch eins. So. Vielleicht reicht das jetzt. Zack. Zack. Jawohl. Sehr, sehr gut. Herminplastik. Sehr, sehr gut. Und wir können schon wieder ernten. Ah, und diesmal werden wir Rüben pflanzen, glaube ich. So. Das Wasser gehen wir gleich dazu. Und für uns stellen wir gleich wieder ein neues auf. So. Einmal Fisch. Vielleicht kriegen wir hier noch die Blätter. Jawohl. Super. Dann wäre nochmal die Battle gut. Das Battle. Die Battle. Ja. Die Battle. Genau. So heißt das. Jawohl. Boah, das war ein schöner Wurf. Kann man nichts sagen. Der war super. Haben wir... Mann, das Viech nervt. Wo bist du da hinten? Ah. Super. Das wäre fast ins Wasser gefallen. Das wäre fast ins Wasser gefallen. Dann wäre ich nass geworden. Das geht ja mal überhaupt nicht. Gut, ob ich die beiden gleichzeitig kriege, das wäre ein Träumchen. Aber ich glaube, die schimmern sowieso auf uns zu. Jawohl. Super. Das war jetzt nicht von schlechten Eltern. Bist du schon fertig? Nein, noch nicht. Den Fisch? Ja. Ähm... Kartoffeln haben wir sehr viel. Können wir wieder auf den Grill hauen. Nom, 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 nom. Und der frische Schluck Wasser. So. Und zack. Passt. Läuft. Es läuft. Ähm... Ausbautechnisch. Ich würde sagen, so vielleicht. So vielleicht. Hier und da. So. Das schaut jetzt ein bisschen gleichmäßig komisch aus. Aber das ist moderne Kunst. Das gehört so. Bist du schwirrt da? Schleich die. Kann man... Kann man Möben essen? Ja. Die hat einen Ehrenplatz in unserem Bauch verdient. Ehrlich. Das ist auch gar nicht böse gemeint. So. Lalalala... 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 Yeah. Super. Ein Paddel wollte ich bauen. Geht aber noch nicht, weil mir Plastik fehlt. Zack. Das war super. Das war so super, dass es zum Weinen ist. So. Jetzt hätten wir nochmal genug. Nein. Mir fehlt immer noch ein Kunststoff. Das ist ja unglaublich. So. Aber jetzt auch. Jetzt können wir uns wieder die Paddel bauen. So. Jetzt muss ich auch wieder zusammenspannen. Für den... Ah. Geht auch. Passt. Kann man hier schon irgendwas bauen. Blanke wird fehlen. Dann können wir auch uns ein Segel mal setzen. Das wäre sicher auch nicht schlecht. Aber das Segel muss mit Sicherheit... Wow. Wow. Nicht abstürzen. Ganz ruhig. Nicht abstürzen. Ich wollte nur sagen... Das Segel muss ja sicher irgendwo... Was? Auf der Anhöhe platziert sein, oder? Hat das hingehaut mit der Blanke? Ich glaube fast nicht. Oder. Segel setzen. Okay. Okay. Aha. Ich ergiss, die Schleich sind da jetzt einmal. Aha. Okay. Also Segel kann man gut... Ich wollte da mal so im Eck probieren hinzusetzen. Das ist so irgendwie. So. Ich will jetzt schon mal wieder gehen. Ich wollte es eigentlich schön... Ich wollte es eigentlich schön... ...ins Eckerl setzen. Aber wenn der Haifisch, der wieder rankommt... ...habe ich ein Problem, glaube ich, ne? Boah. Kippt das Ganze jetzt ein bisschen. Halten für sanftes Drehen. Aha. Aha. Passt das etwa so? Kann man so die Richtung steuern? Wah. Passt jetzt das Plastikteil schon wieder hin? Das ist ja unvorstellbar. Ach so. Das ist die falsche Richtung, glaube ich, ne? So, oder? Ist das so richtig? Ähm. So, vielleicht? Ja, ich glaube, das ist schon nicht so schlecht. Glaube ich. Könnte auch sein, dass ich jetzt falsch bin, weil... ...kommt der Wind nicht von da. Ich bin die mit der Erfahrung, gell? Was will ich nur mal gesagt haben. Alter Schwede. So. Und ein bisschen drüber. ...für den Stiefen. So. Alter, bin schon wieder am Sterben. Ähm. Ja. So. Und hier braten wir uns wieder sowas. Essenstechnisch schaut's gut aus. Hallo? So, bitte. Danke. So. Super ist das. Ich hab gar nichts mehr. Planken würden mir fehlen. Eine, da haben wir sie schon, wenn's druckig ist. Ja. Wir haben Glück. Das ist super. Also, Plastikhaken. So. Du Scheißwicht, das hab ich nicht gesehen. So. Und feste Drauf. Und feste Drauf. Und auf die Nase. Okay. 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 Da vorn haben wir wieder was Tolles. Ähm. Das muss ich noch üben. So müsste es passen. Ja, da brauchen wir nicht paddeln. Das hilft eigentlich ganz gut mit dem Segel. Das klappt ganz gut mit dem Segel. Ich bin sehr überrascht. Ein Stück noch. So. So. Wie kann ich das jetzt wieder einziehen? Ach so. Halt. So. Das klappt gleich schnell schlecht. Na. Jetzt stürze ich wieder ab. Das ist so kacke. So. Nimm schnell. Warte K. Wolzen haben wir bekommen. So. Geschafft. Nice. Puh. Glück gehabt. So. Flanke. So. Ähm. Ja. Den könnte ich auch wieder mal platzieren eigentlich. Für später. Ähm. Wasser. Genau. Jetzt muss ich mich wieder mal ein bisschen verpflegen. So. 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 Und so. Und so. Planke nachsetzen. Und Erdapfel braten. Und schnabulieren. Nom nom nom. Hier kommt ein Fässchen vorbei. Hier kommt ein Fässchen vorbei. Und eine Planke. Irgendwas stimmt mit dem Haken gerade nicht. Der tut nicht mehr so richtig mit. Oh. Ich tue auch nicht mehr so richtig mit. Alter. Ich will doch gar nicht baden gehen. Und schwupp. Yes. Sehr super. Da vorne wäre wieder eine Insel. Sollen wir unser Glück probieren? Ja. Sie hustet schon wieder. Sie ist durstig. Das Fass kriege ich eh nicht mehr, ne? Habe ich keine Chance. Ich habe echt keinen Plan, wie man regulär auf so eine Insel kommt. Wie man da hochklettern kann. Kann ich mir echt nur vorstellen. Dass man hier irgendwie. Hochklettern kann. Aber ich habe kein. Kein. Nix. Ich habe gar nichts. Ich habe gar nicht mehr. Weil da werden ganz bestimmt ganz interessante Sachen. Traue ich mir echt wetten. Aber hier hochzukommen, ne? Ich hatte gehofft gehabt, dass dieses Ding hier mich hochziehen könnte. Aber wie baut man? Das möchte ich auch mal schauen. Wie kann man denn hier? Vielleicht geht das mit dem Bauhammer. Was? Wo? Wo? Wer? Das war jetzt eine optische Täuschung, ne? Ah. Holzdach. Holzsäule. Holzwand. Ah. Eine Leiter. Ja. Okay. Das würde ja schon klappen. So. Zum Beispiel. Danke. Ach so geht das. Mit der rechten Maustaste kann man auswählen, was man bauen möchte. Ja, das ist dann schon klar. Das geht dann schon besser. Und jetzt können wir hier vielleicht hoch? Ja, das ist dann schon besser. Jawohl. Ja, mega. Super. Da können wir jetzt schon Sachen machen. Ja, das freut mich. Äh. Sind wir voll? Hoppala. Ich habe irgendwas weggeschmissen. Das wollte ich jetzt nicht. Rote Blume. Was ist das? Roter Samen. Okay. Blümchen, Blümchen. Noch mehr Blümchen. Ananas, hm? Yes. Plus Ananassamen. Das ist super. Ui. Ich bin gar wie hungrig. Okay, ich muss mal zurück. Isst mal. Sie ist mega hungrig. Warte, wenn ich jetzt was... Ich habe jetzt was gegessen. Kann ich jetzt noch was aufheben? Gelbe Blume. Okay. Heureka. Da kann man wieder was ernten, 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 ernten. Und da möchte ich jetzt aber... ...diese Sämlinge einpflanzen. Mega cool. Äh, Wasser. Oh, Blanken. Habe ich gar nichts mehr? Geschleicht die da. Warte mal, da drüben hält man eine Blanke. So. Dass ich wenigstens hier... ...wasser noch kochen kann, ne? Ach so, da ist schon Wasser drin. Hoppala. Okay, es konnte nur nicht kochen. Ähm. Ich habe keine Ahnung, was man mit diesen Blüten machen kann. Ähm. Aber... ...mich deucht, das hier wird hier interessant sein. Muss auch nicht. Ah, und dann kann man... Ach so, wenn man die Materialien fertig hat, kann man das Sachen lernen. Aha. Aha. Ah, so ist das. Okay. Kann man... Hoppala, kann man das hier nicht decken? Doch, geht ja. Geht, jawohl. Die Ananas-Gesch... Die Ananas-Geschichte möchte ich auch anpflanzen. Ich denke immer, ich, ähm... Keine Ahnung, ich stoße da wo an oder so. Einfaches Bett. Ich hätte gern nochmal so ein Blumenbeet. Wo war denn das? Essen. Hier. Dafür fehlen mir Blanken. Ist logisch. Absolut logisch. So. Süßwasser. Zack. Und zack. Ich brauche Blanken. So. Geh weg. Boah, diese Viecher. So. Die hier ist fertig. Das ist super. Gleich die nächste. Ich muss hier gleich wieder was reinlegen. Ähm... Den Samen bräuchte ich. Den tue ich mal weg. Das Seil. Ich weiß nicht so recht. Bolzen. Scharniere. So, glaube ich. Kann ich mal machen. Mir fehlt schon wieder Balken. Ich hätte auch gern hier das Ding geschlagen. Die Bäume hier, ne? In der Hoffnung, dass die Mango noch runterfällt. Ja. Süßwasser. Super. Weiter. Grapperglglglgl. Verstehst? Ähm... Okay, diese Sämlinge gehen nicht. Gehen die? Ja. Die geht. Das ist super. Und sofort die nächste Partie. So. Ich fürchte, wir müssen hier weiter, weil Holz und so ist nichts mehr. Schade. Schade. Die Ananas nehme ich noch mit. Ich bin noch nicht dazugekommen. Wow, der Part ist viel zu lang. Entschuldigung, ich muss den Part beenden. Ich glaube, wenn es jetzt blöd läuft, muss ich da ein bisschen den Schluss wegschneiden. Ihr Lieben, ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.